Jetzt kommt dann ein cooler Dungeon. Ich mag den. Zuerst kommt die Story von Warframe. Das sind Strahlen-Einsätze. Das sind die Stadt, wir müssen sie zu kommen. Geht nicht auf! Das ist die Idee! Das ist die Idee! Das ist die Idee! Ich bin der Fall von der Karte. Das ist die Idee! 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 Da ist Trey Frost. Okay, das ist der Freezer, ElektroCut, hier mal Deezer, hier, nee, Dice Hour, German Skin. So, der arme Cain musste hin, schade, war ein netter, auch wenn er der O.B.A.V. von der O.B.A.S. war. So, Multis, geil. Jetzt ist er Stock. Ja, das ist schon. Ja, schon. Oh, das ist das Schade. Das ist das Schade. Was ist das Schade für dich? Für mich nichts. Für mein Master, Belial, alles. BANG! Ja, siehne genug, Arma Tyrone! Das war's. Der Engl... Der Engl... Ja. Ah, jetzt können wir die anderen Sachen tragen. So, können wir ihm noch nicht tragen, aber können wir ihn auch mitnehmen. Das Schwert ist besser. Mach's er durch. Bisschen weniger Damage. Hatten Sockel halt. Ne. Aber diese Schulterplatten sind besser. So. Also. Gehen wir in den Spinnendungeon. Da kommen wir jetzt gleich. Ach, das ist nur für ein paar Sekunden stehen. Aber dann bringt's halt nichts. Machen wir, wenn wir das jetzt einsetzen. Machen wir den lieber wieder auf Eisarmor. So. 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 Das ist jetzt ein Zusatz. Nein, auch nicht. Cool. Das zweite Unique. Boah. Fett. Ah, ist ja mal fett. Machen wir mal ein paar Gegner mit Colt-Strahl-Strahl-Töten. Aber nicht zu kleines Penis. Das ist jetzt eine Zutat. Ja. Ah, die kann man berühren. Komm. Dann nehmen wir es ja nicht. Jetzt haben wir es ja nicht. Ist die Chance so gering? Ist ja 25. 25. Oh, dann macht es gar keine Colt-Damage. Da. Hm. Ist der Skill wahrscheinlich verbar. Das ist der Boni, nicht der Skelle, das kann ich nicht verbrauchen. So, Spinneys, ich muss euch töten. Kommt schon. Das ist so müde. Einsätze. Jetzt setze ich mal eine andere Eiscale ein. Ja, jetzt geht es. Aber so einen kleinen Eis nur. Ich dachte, der war größer. Das ist so müde. Das ist besser. Das ist besser. Es geht relativ schnell mit diesem Zahn, ist nur ein bisschen schwach, aber nur ein bisschen. So, wo ist die Königin? So, wo ist die Königin? Ähm, wir müssen die Königin aus dem Ende aufbauen. So, wir haben ja die Wahrheit gebeten, So, schauen wir mal hier unten, ob es hier weiter geht. Hier ist noch ein Schrein, 25 erhöhter, alles geschehen hier. Oh, das muss ich nicht sehen. Nefframe-Buff. Da gibt es uns irgendwie mehr Globes. Erhöht der Effekt. Ah, ihr bewegt schnell und legt eine terrible Blast von Energie. Okay, erhöht der Bewegungsgeschwindigkeit und so. Blitze, die andere Gegner noch treffen. Ja, mehr von diesen erhöhen. Stack. Die Tropfen sehr selten. So. Schneider hast du reden. Kunst gestorben. Und hast nach dem Tod noch ein bisschen geredet. Passt ja. 2 bis 4 Damage. Die Vitalität ist besser. So, spinnen können wir. Komm, greif auf. Komm. Ja, hast du schon wieder. Komm, greifen, hopp. Ja, jetzt kommst du wieder von hier hin. Ja, jetzt kommst du wieder von hier hin. So. Oh, drei Sachen. So. Also mal. Hosen. Hosen. Und den. Schulteblatt. Äh. Armschützer. Okay. So, haben wir das auch geschafft. Ja. Level Up. Was haben wir jetzt diesmal? Mal schauen. Äh, wir haben Slow Time. Ist jetzt nicht so mein Skill. Glass Cannon. Yeah. Nur die zwei. Also, Glass Cannon. Ähm, erhöht unseren Schaden, aber macht uns auch verwundbar. Und da wir hier sowieso auf, ähm, normal spielen. Momentan. Ist das auch egal. Wie viel Schaden hier leiden. Weil sie sowieso nie so viel Schaden machen können, dass wir irgendwie sterben können, oder so. Aber ich spiel jetzt einfach mal auf normal, weil die Gegner hier wenige Leben haben. Und da dürfen wir ein bisschen schneller durch können. Ob es interessant wird. Wir können dann in Inferno, aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr es hier jetzt heißt. Äh, dann, ähm, bessere, also, besser, die zuhören und so. Und das ist sowieso auf Englisch. Naja. und dran zu lassen. Ich muss mich krass, gut, nicht zuhören. Chwör, ruhig. nicht langsam abgerbart wurde mit kleinem horas. Vielen Dank.